Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wo liegt das Glück heute am 19. September 2017? Wen beschenkt Fortuna im heutigen Tag? Das sind gerade die Jungfraugeborenen und wo haben die Jungfraugeborenen Glück? Kontakte zu anderen, Gespräche, Informationen und wo liegen die Hindernisse? Das kann sein, dass diese Information eine Täuschung ist. Das bedeutet aber für die Jungfraugeborenen, dass sie Erkenntnisse haben und können mal hinter den Kulissen schauen. Und es ist wichtig, manchmal die Augen zu öffnen. Und das hat gerade eine Bedeutung. Klingt auch Glück, weil die Jungfraugeborenen erkennen dann die Zusammenhänge. Wer jemand Interesse hat, ihren persönlichen Glücksmomente berechnen, auch in welchem Lebensbereich das wirkt. Natürlich, das ist maßgeschnitten. Dann kann ich auch die Hindernisse erkennen und es genau beschreiben. Natürlich ist es möglich, das alleine bewältigen. Aber wenn da Blockade noch sind, dabei kann ich auch helfen in meinen Vier-Schritten-Methode. Und dieses Wissen geht zurück in die alten persischen Astrologie. Unten bei der Beschreibung befindet sich meine Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.